Liebe Freunde des Liebholdings, mein Name ist Jos-Anselin Pogler-Paramper. Heute ist das große Fest meines Namenspatrons, des heiligen Josef. So darf ich Ihnen allen den Segen Gottes senden. Es soll ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Ihnen allen und mit allen Kranken sein. Nicht weniger mit allen Menschen, die sich jetzt in besonderer Weise einsetzen für Ihre Mitmenschen. Den Segen spende ich mit der Reliquie des Mantels des heiligen Josefs. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Josef, nimm du die Freunde und die Wohltäter des Prichterseminars Leopoldino und alle, die mit dem Coronavirus betroffen sind, unter deinem Schutzmantel. Lass uns erfahren, wie groß und treu deine väterliche Liebe und Sorge ist. Du Schusspatron der Kirche und Arbeiter, bitte für die Kranken, bitte für die Arbeitenden, bitte für alle Menschen, die sich jetzt in besonderer Weise in der nächsten Liebe bemühen. So segne ich euch auf die Fühlbitte des heiligen Josefs, des Schusspatronen der Kirche, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.